Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unbox-Video. Heute präsentiere ich euch das Album Blockhouse von Blockmonster in der limitierten Blockbox. So sieht sie aus. Hinten steht der ganze Inhalt, der drin sein soll. Die zwei CD Premium Edition, die Blockhouse Enzyklopädie als Doppeldefolé, T-Shirt in Größe M bis XXL. Ich habe in N bestellt. Zwei Sammelkarten plus ein signiertes Poster. So. Messer angesetzt. Und auf das Ding. Wenn er es mitarbeitet ist. Ja. So. Dann haben wir hier als erstes die DVD mit Wendekover. Beziehungsweise eine Doppel-DVD. Mit einer O. Mit einer Laufzeit von 247 Minuten. Also ungefähr 4 Stunden ungefähr. Ja. Oder mehr sogar. Auf der ersten DVD ist der Posse-Song. Das Posse-Video. Die Produktion von Cuba Libre. Underdogs. Startzwein 2. Was der Mensch nicht kennt. Realtalk. Kalt in den Herzen. Und der Überfall. Ja. Auf der zweiten DVD sind dann Roadtrips von Osnabrück, München, Nürnberg und Köln. Und andere lustige Themen wie zum Beispiel das Kochmonster, die Shisha, die Diskographie, das Interview, die Outtakes etc. Das wären glaube ich 4 unterhaltsame Stunden. Natürlich. Fiskal 16. Doppel-DVD. Dann haben wir hier das T-Shirt in größer M. Mit dem Blockhouse-Logo. Sehr schlicht in schwarz. Dann das bekannte Bild. Dann haben wir hier die Sammelkarten. Einmal Blockhouse und Blockradar. Dann haben wir hier das signierte Poster vom Blockmonster. Ich hoffe, man sieht's. Hier oben ist der Autogramm. Dann haben wir zu guter Letzt. Das Album, was nicht raus will. Ne? Das schlicht, das Cover. Sehr schwarz-gelb. So, dann jetzt wieder die Trackliste. Auf CD 1 das Album. BLOKK Underdogs mit MC Boogie Deus Ex mit 4-0-0-Friedhof-Chiller Fuck You Staatsfeind 2 mit Toni der Assi Kalt in den Herzen mit Tamas Coupa Libre Du willst Schläge mit Ecco Fresh Was der Mensch nicht kennt mit Raph Camorra Countdown Block zu Block mit Kul Savas Meine Jungs, Gangster tanzen zu meinem Sound 2014 Block Raiders mit Space Ghost Perp und Young Simi Bang Bang Willkommen in Miami Was sollen wir machen mit Vero One Real Talk mit Greco Und Blockhouse Old Stars Auf CD 2 Das ist für die Eltern Du willst Schläge Remix mit Ecco Fresh Block zu Block Remix mit Kul Savas Plus sämtliche Instrumentals Also, so wie ich jetzt gerade sehe Fast alle von CD 1 Außer Block aus All Stars Beat Dann packen wir das hier auch nochmal aus Hier, CD 1 CD 2 Plus die Ja, plus den Booklet Also hier hat ein Booklet mit Trackliste Und den Credits Weil ich jetzt gerade nur Schaden finde Pfand, finde Das war in Blockhouse Ost Da Tracks jetzt nicht alle Künstler aufgezählt werden Also muss man sich das erstmal raus suchen Ja Aber Schon ne gute Box Wenn euch das Video gefallen hat Hinterlasst einen Daumen hoch Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Facebook Link Liked die Facebook Seite, wenn ihr mehr Unboxed Videos sehen wollt Abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Unboxed Videos sehen wollt Es werden noch sehr viele kommen Ich hoffe, man sieht sich wieder Tschüss